Kanada, auch Kanarisisch, ist eine Sprache aus der dravidischen Sprachfamilie. Sie wird in Südendien, hauptsächlich im Bundesstaat Kanataka, von etwa 40 Millionen Muttersprachlern gesprochen. Sie wird vornehmlich in Kanada-Schrift geschrieben. Sprachverwandtschaft Kanada gehört zur Familie der hauptsächlich in Südendien verbreiteten dravidischen Sprachen. Neben Tamil, Telugu und Melelam ist Kanada eine der vier großen dravidischen Sprachen. Innerhalb dieser Sprachfamilie gehört Kanada zum süddravidischen Zweig. Der nächste Verwandte des Kanada ist Badagar. Diese unter der Stammesbevölkerung des Nilgiri-Gebirges in Tamil Nadu gesprochene Sprache wird teilweise auch als Kanada-Dialekt aufgefasst. Mit den in Nordindien gesprochenen induarischen Sprachen ist Kanada nicht verwandt. Es ist aber recht stark durch Sanskrit die klassische Sprache des Hinduismus beeinflusst worden und hat neben einer großen Zahl an Lehnwörtern auch strukturelle Merkmale aus dieser induarischen Sprache übernommen. Geografische Verbreitung Kanada hat 40 Millionen muttersprachliche Sprecher. Die Sprecher des Kanada bezeichnet man als Kanadiger. Das Verbreitungsgebiet der Sprache deckt sich weitgehend mit den Grenzen des indischen Bundesstaates Kanataka. Daneben gibt es Kanada-sprachige Minderheiten in den angrenzenden Gebieten der Nachbarbundesstaaten Andhra Pradesh, Hamil Nadu und Maharashtra. Seit jüngerer Zeit wird Kanada auch unter Auslandssindern in den USA, im Vereinigten Königreich sowie in Kanada und Australien gesprochen. Von der Bevölkerung Kanataka sprechen 70% Kanada als Muttersprache. Die meisten nicht-Kanada-sprachigen Einwohner des Bundesstaates, etwa die Sprecher von Tulu und Kodawa, beherrschen Kanada als Zweitsprache. Im Bundesstaat Kanataka ist Kanada alleinige Amtssprache. Auf überregionaler Ebene ist es als eine von 22 Nationalsprachen Indiens anerkannt. Sprachformen Kanada teilt sich in vier Dialektgruppen ein, die aus weiteren Unterdialekten bestehen. Der südliche Dialekt wird in und um die beiden größten Städte Kanatakas, Bangalore und Mysore gesprochen. Im Raum Mangalore ist der westliche Dialekt verbreitet. Der nördliche Dialekt wird in der Gegend von Dawad gesprochen, der nordöstliche Dialekt im und um Biapur. Der nördliche und nordöstliche Dialekt sind von Marathi, der indwarischen Sprache des Nachbarbudesstaates Maharastra, beeinflusst worden. Parallel zu den geografischen Dialekten existieren Kastendialekte bzw. Soziolekte. Die Hauptunterscheidung liegt hierbei zwischen den Dialekten der Brahmanen, Nicht-Brahmanen und Dalit-Dialekten. In jüngerer Zeit treten aber auch bei den Soziolekten verstärkt Klassenunterschiede an die Stelle der Kastenzugehörigkeit. Geschriebene und gesprochene Sprache unterscheiden sich im Kanada recht stark voneinander. Wenn auch die Diglossi weniger stark ausgeprägt ist als etwa im verwandten Tamil. Als überregionale Standardumgangssprache hat sich die gesprochene Sprache der gebildeten Stadtbevölkerung Bengalurus und Mysores eingebürgert. Schrift Hauptartikel Kanada-Schrift Wie viele indische Sprachen verfügt Kanada über eine eigene Schrift, die Kanada-Schrift. Diese ähnelt der Telugu-Schrift sehr und gehört zur Familie der indischen Schriften. Mit den übrigen Schriften Indiens Tibets und Südostasiens teilt sie den gemeinsamen Ursprung von der Brahmi-Schrift aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Und ein gemeinsames Funktionsprinzip. Es handelt sich bei ihnen um eine Zwischenform aus Alphabet und Silbenschrift, sogenannte Bakidas. Bei denen jedes Konsonantenzeichen einen inhärenten Vokala besitzt, der durch diakritische Zeichen modifiziert werden kann. Typisch für eine südindische Schrift zeichnet sich die Kanada-Schrift durch ihre runden Formen aus. Phonologie Kanada besitzt 34 konsonantische Phoneme. Typisch für die indischen Sprachen ist die Unterscheidung nach fünf Artikulationsorten. Vela, Palatal, Retroflex, Dental und Labial. Bei den Plosiven kontrastieren stimmlose und stimmhafte Laute. Durch die zahlreichen Lehnwörter aus dem Sanskrit haben die aspirierten Plosive im Kanada-Phonem-Status erlangt, sodass die Plosive wie in den indiarischen Sprachen in vierer Reihen auftreten. In ererbten dravidischen Wörtern kommen keine aspirierten Konsonanten vor. Bei nachlässiger Aussprache und in bestimmten Dialekten können sie durch die entsprechenden unaspirierten Laute ersetzt werden. Die Konsonanten F und Z kommen nur in jüngeren Lehnwörtern, etwa aus dem Englischen, vor. Deshalb wird ihnen nicht immer ein Phonem-Status zugestanden. Die beiden Nasale N und N sind allophon von N, die nur vor den entsprechenden Plosiven vorkommen. In der Kanada-Schrift werden Nasale vor Plosiven durchgängig mit dem Anus-Vara-Im wiedergegeben, das je nach folgendem Konsonant für im N, N, N oder N stehen kann. Im Kanada kommen zehn Vokalfoneme vor. Die Vokale A, I, U, E und O kommen jeweils in Paaren von langem und kurzem Vokal vor. Dazu kommen die phonematischen Diphtonge I und Hau. Ferner gibt es den Vokal, der auf englische Lehnwörter beschränkt ist und daher meist nicht als vollwertiges Phonem gezählt wird. In bestimmten Dialekten kommt er aber auch in echten Kanada-Wörtern vor. Fast alle Kanada-Wörter enden auf einen Vokal. Bei Lehnwörtern, die auf einen Konsonanten enden, wird oft ein sogenannter enunziatorischer Vokal-U oder E angehängt. Am Wortanfang können alle Konsonanten außer retroflexem L und N vorkommen. Konsonanten-Cluster am Wortanfang kommen nur bei Lehnwörtern vor. Vor allem ungebildete Sprecher fügen aber oft einen Sprossvokal ein und sprechen zum Beispiel Piriti. Die Betonung liegt im Kanada stets auf der ersten Silbe eines Wortes. Sie ist also nicht bedeutungsunterscheidend und auch nicht allzu stark ausgeprägt. Beim Auftreffen von Morphämen innerhalb eines Wortes oder Wörtern untereinander können Santi-Prozesse auftreten. So wird zwischen dem Wortstamm H-U-Blume und dem Instrumental-Suffixi-M-D-A ein Gleit laut V eingefügt H-U-Wim-Da. Werden zwei Wörter aneinander gefügt, kann der stimmlose Anfangskonsonant des zweiten Worts stimmhaft werden. Diese Erscheinung kommt aber in der Schrift meist nicht zum Ausdruck K-E-L-A-D-U-T-I, gesprochen K-E-L-A-D-U-T-I unter Lippe. Ein phonologischer Prozess, der nur in der Umgangssprache vorkommt, ist der Ausfall eines Fokals in der zweiten Silbe von drei oder mehr silbigen Wörtern, Grammatik. Kanada ist eine agglutinierende Sprache und drückt die Beziehungen von Wörtern untereinander durch Suffixier aus. Kanada kennt drei Genera. Maskulinum, Femininum und Neutrum. Die Genose-Inteilung beruht dabei auf dem natürlichen Geschlecht. Für männliche Personen oder Götter benutzt man das Maskulinum, für weibliche Personen oder Göttinnen das Femininum und für Tiere oder Dinge in der Regel das Neutrum. Bei den Stämmen auf A und den Personen bezeichnenden Stämmen auf U ist das Genuss an den Suffixen des Nominativ Singular erkennbar, V-G-L-E. Seva-Ka-Nu-Diener, Seva-Ka-L-U-Dienerin und Mara-Wu-Baum. Die Nomina im Kanada kommen in zwei Numeri vor. Singular und Plural. Der Plural wird agglutinativ durch eines von vier möglichen Suffixen gebildet. A-Ru bei männlichen und weiblichen Stämmen auf A-Am-Di-Ru bei männlichen und seltener weiblichen Verwandtschaftsbezeichnungen. A-Va-Ru für die sogenannte Respektform. Formal steht das Wort im Plural, die Bedeutung bleibt aber singularisch. Gallo bei sämtlichen neutra- und teilweise bei männlichen Personenbezeichnungen. Substantive werden im Kanada in sieben Kasus dekliniert. Nominativ, Genitiv, Akkusativ, Dativ, Instrumental, Vokativ und Lokativ. Adjektive können entweder einfach oder von Substantiven abgeleitet sein. Als Attribut steht das Adjektiv stets in seiner unveränderten Stammform vor seinem Bezugswort, die H. Es wird nicht mit dekliniert. Sanamane, ein kleines Haus, Sanamane, Gallo, kleine Häuser. Bisweilen verschmilzt das Attribut auch mit seinem Bezugswort zu einem Kompositum, Elemago, kleines Kind. An ein prädikativ verwendetes oder substantiviertes Adjektiv wird das Personalpronomen der dritte Person Singular angehängt. Die Zahlwörter von 1 bis 10 lauten Die Zahlwörter von 11 bis 19 werden gebildet, indem die Zahlwörter für die eine an Han oder Hadi angehängt werden. 20 hat die besondere Form Ipatu. Die Zahlwörter von 30 bis 90 werden durch Zusammensetzung der Zahlwörter von 3 bis 9 und Hatu für 10 gebildet. Die Wörter für 100 und 1000 lauten Nuru und Savira. Wie in Südasien üblich gibt es spezielle Zahlwörter für 100.000 und 10 Millionen. Ähnlich wie im Deutschen besteht das Verb aus Stamm plus Tempus Zeichen plus Personalendung. Das Verb kennt im Kanada drei Tempora. Das Präsens wird durch Anfügung des Morphems TT an den Stamm gebildet. Das Futur wird durch Anfügung des Morphems V an den Stamm gebildet. Punkt. Außer der Zukunft können Futur-Formen auch regelmäßig in der Gegenwart vorkommende Handlungen ausdrücken. In der Umgangssprache wird statt Futur wie im Deutschen oft Präsens verwendet. Das Präteritum wird durch Anfügung des Morphems T an den Stamm gebildet. Jedoch gibt es nicht wenige unregelmäßige Verben, deren Präteritum man lernen muss, zum Beispiel Konnenu von Kulu stellen. Bandnenu von Baru kommen, Idenu von Iru da sein und so weiter. Mit dem Partizip Präsens auf Uta plus Iru sein lassen sich Verlaufsformen bilden. Maduta Irutne ich tue gerade, Maduta Idenu ich tat gerade. Ebenso entstehen Perfektformen aus dem Partizip Perfekt plus Iru. Das Partizip Perfekt wird gebildet bei den regelmäßigen Verben mit I. Bei den unregelmäßigen Verben tritt U an den Perfektstamm. Zusammen mit Iru entsteht so ein Perfekt und ein Plusquam Perfekt. Es gibt mehrere Formen des Imperativs. Der unhöfliche Du-Imperativ ist die Grundform. Madu mach. Für den höflichen Sie-Imperativ wird Iri angehängt. Madiri machen Sie. Bei einer Aufforderung an die Gruppe wird Ona angehängt. Madonna, machen wir. Schließlich gibt es eine Aufforderung an sich selbst mit Ali, Madali, ich mach dann mal. Die Modalverben können, sollen und müssen werden durch Verb-Erweiterungen ausgedrückt. Die feste Satzstellung im Kanada ist Subjekt-Objekt-Verb. Demnach steht das Subjekt an erster Stelle im Satz und das Prädikat stets am Satzende. Wie es für SOV-Sprachen charakteristisch ist, stehen im Kanada-Attribute stets vor ihrem Bezugswort untergeordnete Sätze vor Hauptsätzen. Vollverben, Vorhilfsverben und es werden Postpositionen statt Präpositionen eingesetzt. Komplexe Sätze bestehen aus einem Haupt- und einem oder mehreren Nebensätzen. Generell kann ein Satz nur ein finites Verb enthalten. Das Kanada kennt keine Konjunktionen, Nebensätze werden ebenso wie Parataxen durch infinite Verbformen gebildet. Dazu gehören der Infinitiv das Gerundium und das Partizip. Daher stehen ähnlich wie im türkischen Stadt Wörtern wie das Wenn oder Umzu diese infiniten Verbformen. Zum Beispiel heißt ich gehe hinaus, um einen Kaffee zu trinken. Ondo kaffi kudiyu vodake horic hu gutne, wörtlich zum einen Kaffee trinken hinaus gehe ich. Wenn ist die Verbendung are, ninu avana nunu ditare, nanage helu, wörtlich du in eseha vend mir sag, also. Sag mir, wenn du ihn siehst. USW Auch in Relativsätzen stehen keine Relativpronomen, sondern partizipieren. Zum Beispiel, nenebanda huduga nanatama agida, wörtlich der gestern gekommene junge Meinbruder war, also, Wortschance. Die einheimische Grammatik teilt die Kanada-Wörter in vier Kategorien ein. Hauptkriterium ist dabei, in welcher Beziehung sie zum Wortschatz des Sanskrit stehen. Dieses Konzept stammt ursprünglich aus den Tochtersprachen des Sanskrit, wurde aber auch auf das unverwandte Kanada übertragen. Als Dessai bezeichnet man echte Kanada-Wörter ohne Entsprechung im Sanskrit. Zu dieser Kategorie gehören dravidische Erbwörter wie Tai, Mutter, Kalu, Fuß oder Neidgen. Als Tatsama bezeichnet man Sanskrit-Wörter, die in unveränderter Form im Kanada vorhanden sind. Ein Großteil von ihnen wie Kemptra, Mond, Mukha, Gesicht oder G.R.H. Haus ist aus dem Sanskrit in Skanada entlehnt worden. Es kann sich aber auch um Erbwörter handeln, die im Sanskrit als dravidische Entlehnungen existieren, zum Beispiel Bala, Stärke, Mani, Juwel und Male. Als Tatbhava bezeichnet man Wörter, die ursprünglich aus dem Sanskrit stammen, aber lautlichen Veränderungen unterlegen sind. Zum Beispiel Akkara, Buchstabe, Aghasa, Himmel oder Kathi, Geschichte. Als Anjade-Sai bezeichnet man Lehnwörter aus anderen Sprachen. Diese können ihren Ursprung in folgenden Sprachen haben. Hindustani, zum Beispiel Tayaru, Fertig, Saqqara, Regierung, Malika, Besitzer. Diese Hindustani-Wörter können wiederum ursprünglich aus anderen Sprachen stammen. Teils sind sie auch über Vermittlung des Telugu oder Marathi ins Kanada gelangt. Französisch, zum Beispiel Cousini-Küche.